Ja, ihr Lieben, Take 10 von meinem Feiervideo. Warum feiern wir heute und warum sitze ich mittags mit einem oberfränkischen Bier hier? Es kann doch nur sein, weil die Brauereigaststätten endlich antragsberechtigt bei der November-Dezemberhilfe sind. Das haben Herr Söder und Herr Altmaier heute persönlich verkündet. Ich freue mich sehr, dass der Druck gewirkt hat und ich danke auch insbesondere den Brauerinnen und Brauern, die nie aufgegeben haben. Daraufhin Prost!